Und jetzt gibt es was aus der Kategorie Transfermarkt-TV-Bildungsauftrag. Ihr könnt mitmachen beim Transfermarkt-Quiz in Sachen Fußball. Und wir haben einen Spieler, der sich selber vorstellt, aber natürlich nicht verriet, wer er ist. Er könnte das Ganze wie folgt darstellen. Ich habe meine meisten Spiele zusammen mit Mats Hummels bestritten. Meine häufigsten Gegenspieler waren Juan Arango und Christian Gentner. Ich habe auf drei Kontinenten Meisterschaft und Pokal gewonnen und bin auch Champions League Sieger, allerdings nicht in Europa. Ich habe drei Jahre in der Bundesliga gespielt und meine Stationen haben mich unter anderem nach Montpellier, Moskau und ins Reich der Mitte geführt. Jetzt momentan spiele ich in Südamerika bei einem Klub und war in meinem Heimatland Fußballer des Jahres. Wer könnte gemeint sein? Wer könnte gesucht sein? Schreibt uns doch und postet eure Lösungsvorschläge. Und wenn ihr es nicht genau wisst, dann müsst ihr einfach morgen bei uns reinschauen bei Transfermarkt-TV. Da haben wir dann nämlich die Auflösung, wer gesucht worden ist im Transfermarkt-Quiz. Das war die Auflösung, werdet ihr dich. Das ist die Auflösung, werdet ihr mich nicht mehr als bis zum Anfang an. Bis zum nächsten Mal.